Ich habe hier Majas neue Leidenschaft, Band 1, ein weiteres Buch von meinem Freund, Band 2 folgt in Kürze. Darum geht es um Maja, sie ist bei ihrem Freund, sie führen eine Fernbeziehung, immer wieder am Wochenende ist sie bei ihrem Freund und in diesem Wochenende lernen sie das Nasse kennen. Sie haben auch mega viel Spaß dabei, wirklich viel. Am nächsten Tag kommt der beste Freund vorbei oder ein ehemaliger Freund und dieser gräbt dann Maja immer wieder an. Das führt zu Konflikten in der Beziehung und auf jeden Fall sehr spannend. Es hört aber abrupt auf, dieses Buch. Wie gesagt, es geht im nächsten Band weiter. Das habt ihr auch als E-Book und als Taschenbuch. Und hier sind wiederum ein paar Fotos drin. Viel Spaß beim Lesen und es ist auf jeden Fall spannender. Das ist doch schon mal.